Weiß denn die Farben, wo wir aufs? Da haben wir nichts. Weiß denn die Farben, wo wir aufs? Ja! Puh! Wie muss da die Kamera grad halten? Frag nichts da lang, ey! Fußball auf Weltniveau! Dünn gehe ich ja roh und ich bin ruhig-grünfarben drin. Milan hab alle Spaß! Ja, Andi! Ja, das ist richtig schön, ey! Ja, ich hab ja schon mal was dir das gemacht, und ich kann's ja nicht unterscheiden, also. Also denk ich schon, dass wir das ist ja noch Grünscheche. Ganz klar, ich kann wieder nehmen. Der Andi! Der Andi! Der Andi! Der Andi! Der Andi! Komm Jungs! Komm! Mach was! Spielen! Komm! Das ist gut, dass du aufnimmst. Dann können wir später Spielanalyse machen. Ja! Ja! Ja, fang ist doch da gut! Zweiter Torschuss! Hinderung! Bam! Fäcksel! Komm Jungs! Komm Jungs! Pille im Spiel! Joker! Ich spiel wieder! Voll motiviert! Voll motiviert! Ja, das war ja die Neid aus dem Fall! Ja, wir heben uns, mich für den Schluss aus! Ja, wir heben uns, mich für den Schluss aus! Ja, wir heben uns, für den Schluss aus! Du bist lieber unter dir fliehen, was? Ja, das ist dann schon! Die versuchen jetzt dann nämlich, es dort anzubringen, weil sie wissen, wenn ich da drin bin, dann ... Nimm weiter mal an! Ja, ha! Und dann mal weiter, noch mal! Oh, hey, hey! Hey, hey! Hey! Hey, hey! 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 Wie lang in der Schuss? Ja, ha! Hey! Ich bin der drunter, aber das kann er jetzt brauchen. Ja, ich bin der drunter, und der ... Ich bin der drunter, und der ... Ich glaube, ich hab bei 28, also 2 Minuten oder so. Aber ich hab vorher ... Ich hab's nur, ich hab's schon zweites gemacht. Weil ich da ein wenig ranzuhm, und hab's schon ein bisschen weit weg. Das ist bestimmt schon 5 Minuten. Ja, dass man nur ranzuhm ist, wenn man noch aufhört, ne? Michael Hecker ... Schön. Kommentator, Daniel Erfolg. Du musst über den Flüssiger reden. Du musst nicht alles kommentieren. Ich bin doch nicht so der Profi. Das ist ja schön. Ich muss ja konzentrieren, dass ich die Kamera nicht so ausverwag ... Hehehe. Ja, das ist doch nicht. Nein. Das ist doch nicht. Nein, das ist doch nicht. Nein, das ist doch nicht. Ach man, jetzt hält er auf. Ob jetzt, wenn er dann wieder anfängt, dann ... Was ist das Spiel? Fertig fest. Aber wie liegt's noch in jeder Seite? Da hast du eine Hütte-Torschau aufgeführt. Da steht ja der Ball, der kommt gar nicht mehr in die Mitte. Felle, Felle am Ball. Ja! Hacken drück! Schöööönes Ding aus. Jawoll! BAM! Schön, Herr Schuss. BAM! 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 Hecker, willst du mal raus? Hör! Wir tun sich nur noch ein Hütter-Torschau. Hör! 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 Thomas wartet auf den einen Platz. Der andere Thomas. Dribbelt ein wenig. Schäme, das ist guter. Ach. Hör! 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 Helflo Auf zurück Wir müssen nochmal vorbei fahren auf dem Eis und dem Eier 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 Wenn der Dieber in echt Farbe in einem Wald umfischt soll der erbucht sich das Papier. Ich soll wieder schon mal in so... Ich soll den Dieber gefischt. Schön gelingt. Ich soll den Rente mit oben in meinem Kostüm im weißen Hals im weißen Hals. Junge Zehner! Der Junge schwang und der die Gange. Wir haben die Kamera raus. Wir haben den Bälle. Wir haben den Bälle. Der Junge und der Gange. LINGY, KASFARCH! LINGY, DIES BEAGLER SINCE! LINGY, JAWOL! LINGY, DIES BEAGLER! 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 All the way to the top! LINGY! Grandiosen Einflug von Thomas. Und macht den Müll! Jawoll! Schöne Spiele, Schöne Spiele, Schöne Spiele. Schön!